So, liebe Freunde, dann sind wir wieder zurück zu Let's Play The Forest. Ich sitze immer noch auf meinem kleinen, äh, 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 ne? Und so. Und ich muss dem Saiyan jetzt mal helfen, das kriegt ja nicht. Also die haben jetzt hier in der Nacht, die haben kurz ne Pause gemacht, weil ich noch eben schnell wohin musste, wollte. War schnell vor allem, weißt du, halbe Stunde war der weg. Ach, halbe Stunde. So, okay. Da draußen läuft noch so Lampen-Heinz rum. Der Heinz muss auf jeden Fall. Lass den Lampen-Heinz, ich hab aber... Ne, nicht der Einzige, da ist noch ein Lampen-Heinz. Hier ist der Lampen-Heinz, der ist schneller. Und hält mir aus, scheinbar. Jetzt ist er tot. So. Ich muss jetzt unbedingt mal was snacken. So unfassbar Hunger und so unfassbar Durst. Oh, okay, da ist schon mal nichts zum Trinken. Nehmen wir mal ein bisschen davon. Äh, vier. Also, was sagen wir schon mal keins. Das ist sehr uncool. Ja, deswegen Trinkbeutel, ne? Oh, oh, oh. Brenne ich? Ne, er brennt. Okay, gut. So, C. Äh, Quatsch. R wollte ich hier. Und jetzt hier erstmal ein Kaninchen reinschmeißen. Und ein Kaninchen reinschmeißen. So, da R. So, und jetzt hoffen wir mal, dass ich das ganz schnell, ganz bald trink... äh, essen kann. Äh, hier draußen kannst du hier übrigens so einen Totenschädel... ...Waft Club oder sowas klauen, der liegt da rum. Was kann ich? Diese Totenschädelschlagwaffe, die der Typ hat fallen lassen da, ne? Sehr gut. Falls du die nicht schon hast. Ne, hab ich noch nicht gehabt. Doch. Ich schmeiß den immer wieder weg. Okay, ich hab schon einen Club, ja? Ey, wir brauchen Baumsamen, auf jeden Fall. Warum brauchen wir Baumsamen? Ich sag nicht, man kann jetzt Bäume säen. Nee, ähm, ich mein... Hast du mein Essen gerade gegessen? Was? Äh, weil man die Dingens... ...Mauern damit reparieren kann. Diese Seeds oder was das ist. Ach, die Dinger. Die... Ja. Ach, das ist kein... Von denen wir nichts haben. Das ist Harz. Harz, ja, ich kam nicht drauf. Schande über den Gärtner, ne? Jetzt du das sagst, mir wär's nicht aufgefallen. Gut, gut, schön. Ich hab irgendwo... Also zumindest sagt er mir, ich hab vier. Aber ich find's gar nicht in meinem Inventar. Vor allem mein Inventar hier, ich bin umringt von Gras. Aber gut. Ähm, nee. Also, ich hab's, aber ich hab's nicht. Ganz witzig. Ja, also hast du's jetzt, oder? Ja, ja, ich hab's, aber ich hab's nicht. Okay. Ne, weiß Bescheid. Ja, total. Gut. Das, was aber nicht behoben haben, ist übrigens der alte Bug, der jetzt schon seit zwei Jahren existiert. Oh. Dass, wenn du, äh, deine Waffe nimmst... Mhm. ...und du hebst so einen Kackstein auf oder so einen Ball und wirfst den. Und der wechselt dann auf die Standardachse zurück. Die aus dem Flugzeug, weißt du? Mhm. Mag ja keiner. Das haben sie, das haben sie bis heute nicht behoben. Das sind so schlecht, die Jungs, ne? Es sei denn, du legst die Waffe ab. Dann kann er das nicht. So schlecht, die Jungs. Guck mal, ich hab mir hier einen Sitz gebaut. Ah, wie schön. Hä? Ja. Find ich auch. Ja. Sehr gut. Soll ich jetzt mal mit meiner Axt kommen und deinen Sitz mal entsitzen? Soll ich dich mal gleich irgendwo hinsetzen? Wenn du möchtest. So, mein lieber Baum. So, wir wollten ja verraten, was wir eigentlich vorhaben, ne? Ja, was haben wir denn vorher, Sajan? Ähm, es gibt ja jetzt seit einer kleinen Weile auch große Flöße in The Forest. In The Forest. Und die lassen sich halt vor allem im Multiplayer gut steuern, das große Fluss, weil es halt zwei Ruder aufweist. Das ist sehr problematisch als Einzelspieler. Baum fällt! Aber zu zweit halt extrem cool. Und das Ding kann man als fahrende Basis schon fast verwenden. Da kann man auch Sachen drauf bauen. Ähm, das ist also nicht unbedingt begrenzt. Und das hab ich jetzt vorzubauen, dass wir uns da so ein bisschen... Ist er voll? Ne. Okay, dass wir uns da so ein bisschen, äh... Ja, unsere Seefahrer-Tauglichkeit erarbeiten. Ja. Pass auf, aus dem Baum kommt jetzt wieder ein Stück ab. Du kriegst aber diesen Baumharz, wenn du... Ja, hier Bäume bearbeitest. Wenn du Bäume fällst. Ja, aber das ist so gering. Ich hab grad drei Stück gekriegt. Ähm, hast du... Hast du einen Topf oder sowas im Inventar? Warte, ich guck gleich. Okay. Baum fällt! Ist der Wagen voll? Ist der Wagen voll? Keine Ahnung. Ist der Wagen voll? Jetzt ist der Wagen wahrscheinlich voll. Na gut, dann zieh du den. Ich, äh... Nimm meine zwei auf die Schulter. Spann den Karren an. Denn der Wind treibt Rehme übers Land. Au. So, und wir wollen mit diesem übergroßen Floß, wollen wir natürlich, äh, unsere... Basis. Übergroßen Wahnvorstellungen umsetzen, nein. Genau. Also ich würd' sagen, wir bauen erstmal hier fertig und dann bauen wir ein Floß. Naja, das Problem ist halt, wenn die Viecher hier öfters kommen und wir haben keine ausreichende Verteidigung, dass sie uns das irgendwann kaputt hacken. So, jetzt versuch mal alles irgendwie auf das Haus anzuwenden. Auf das Haus hier? Ja, auf das Haus. Okay, da brauchen wir aber wirklich ein bisschen was. Ich meine, wir haben ja hier noch total viel offen. So, hier ist ja noch komplett alles frei. Da ist noch ein bisschen frei. Und hier ist ja noch... Ich würd erst mal die Mauer fertig machen eigentlich. Ja, aber hier haben wir halt Safe und Schlafmöglichkeit und können auch mehr drinnen bauen. Das heißt auch Verteidigungssachen wie Pfeilhalterung und so einen ganzen Quatsch drinnen bauen. Finde ich dann doch ganz nützlich. Hast du das konstruiert mit dieser coolen... Mit diesem coolen... Ja. Ding? Ja. Cool. Ich glaube, das kommt automatisch, wenn du das Ding irgendwo über eine Ebene baust inzwischen. Früher musstest du dann Ponton setzen und heute kannst du das automatisch so machen. Mhm. Je länger und breiter und tiefer und höher, desto mehr braucht es aber halt auch, ne? Okay. Oh, ich bin durstig, Junge. Ich hab nichts mehr zu trinken. Meinst du als Charakter? Ja. Ich würd dir was abgeben, aber das geht ja irgendwie nicht. Oh. Ich kann leider nicht mehr arbeiten, du musst alles alleine machen. Hey, weißt du? Gerade aus dem Urlaub zurück und schon geht er wieder in den Streik. Ja, was würdest du machen, ne? Typisch. Arbeiten. Ja, ich... Das will ich machen. Ich möchte halt vernünftige Arbeitsbedingungen hier. Und wenn ich hier... Oh, mach den Baum noch platt. Ne, aber trinken ist echt ein Problem. Guck immer ab und zu in den Schildkrötenpanzer, ob da was drin ist. Naja, da war ein Tröpfchen drin, das konnte ich aber noch nicht trinken. Ach, scheiße. Wenn du mir sagst, wie man so ein Trinkfläschchen baut, würde ich das ganz gerne machen. Ähm, aus Hasenfell und Robes müsste das sein. Och, come on. Do you see him? Was, ich? Ja, es sind drei. Drei an der Zahl. Komm doch mal mit auf meinen kleinen Ausguck hier. Da können die uns nicht allzu hart nehmen. Ja, ich komme. Ich renne. So, bin da. Jetzt sind wir wahrscheinlich eh weggerannt, ne? Das ist so typisch. Mann! Ach, ja. Ja, das ist nicht leicht hier. Absolut nicht. Mal gucken, habe ich denn... Oh, ich habe eine Feder, das reicht null für Pfeile. Ah, ich habe einen Paunch gebaut, okay. Spannend. Wo ich übrigens Probleme hatte im Singleplayer, äh, Coins zu finden. Hartgeld. Okay. Da hatte ich echt Probleme. Mit Geldscheine hatte ich bis zum Erschlagen, aber kein Hartgeld. Und Hartgeld brauchst du, um die verkackten Bomben zu bauen. Mit denen du dir zum Beispiel Eingänge in Höhlen freisprengen kannst. Sonst kommst du da nicht hin. Das ist richtig behindert. Mhm. Und ich habe jetzt nur elf Coins. Und wenn das ein Bug ist, der hier wiederkehrt... So, eben noch schnell eine Feder. Gesüft. Ach, komm schon! Ist wie ein Vogel gelaufen, nichts getroffen. Ja, das Gefühl kenne ich. Dann machen wir den nochmal. Ah, die weite, weite Welt. Industrialisierung und Verbreitung westlicher Kultur auch hier. Abholzung der Wälder. Ja, nö. Herrlich. Weißt du, schlägst du in eine komplett andere Richtung, aber das Scheißteil fällt einfach mal komplett auf den Karren. Aber der Karren geht ja zum Glück nicht kaputt. Bisher nicht, ne. Irgendwo muss das auch mal gut sein mit Realismus, finde ich. Ja, ja. Und sonst kommen hier wieder alle Killerspiele, ne? Ja, ja, genau. Vorher ist dieses absolute Killerspiel. Ist da jetzt eigentlich Wasser drin? Oh, immer noch nicht. Ne, das... Ich verspreche dir, ich verdurste. Schneeregen und so. Verspreche dir, das sehe ich nicht gern. Ich schwöre dir, das schmerzt es nicht sehr. Komm her, Fernand, du beißt nicht. Was hast du gesagt? Was? Nix. Mist, jetzt sind mir die Saps ausgegangen. Oh, da kommt wieder eine Gruppe von Vieren. Alles wieder... Die machen immer für mich so ein bisschen so einen SM-Eindruck, weißt du? Weil einer immer so knien geht wie das Hündchen. Die anderen nehmen ihn an eine Leine. Hm. Einer muss den Sklaven spielen. Ja, selbstverständlich. Muss ja. Muss ja. Hm. Hm. Wie machen wir das mit meinem Durst? Also davon abgesehen, dass ich jetzt erstmal speicher... Sogar keine Cola mehr, nichts, gar nichts. Ne, alles weg. Ich hab mal eben gespeichert. Du kannst Alkohol trinken. Hast du noch Buß? Ja, hab ich. Trink die, das stillt den Durst, aber nimmt Gesundheit weg. Equip. Ach ne, ich hab... Ah, das ist ja kein Buß mehr, das ist ein Molotow. Haha, das erkülp' ich mal nicht. Nachher werfe ich das. Also ich hab nur ein Molotow, ich hab auch kein Buß. Doch, Buß hab ich auch noch. Ha, drink. Schwupp. Nö, das hat kein... Das hat kein Leben weggenommen. Das hat Ausdauer weggenommen. Ach so, Ausdauer. Aber Ausdauer kriege ich ja wieder, indem ich mich vor das Lagerfeuer setze. Dann kommt ja Ausdauer wieder. Ja, keine Ahnung. Plötzlich hat's gemacht. Spannend. Hey. Hallöchen. Setz dich mal nicht auf meinem Schoß, bitte. Entschuldigung. Ich glaub, der Platz wär noch frei. Gut, dann hab ich ja noch ein bisschen. Ich hab noch zwei Buß. Dann kann ich ja noch... Hab ich ja noch ein bisschen Trinke-Trinke. Muss auch... Alter, wir haben hier so einen Skeletthaufen, ne? Das gibt's gar nicht. Ja. Was ein Grab. Gewisse Leute wären stolz auf uns. Und hinaus. Ja. Ich mach... Aua! Ah, durchs Feuer gelaufen. Ich bin einfach... Ich bin einfach nur aufgestanden. Los, Junge! Hinlegen und rumrollen! Hinlegen und rumrollen! Das hilft. Äh, dir laufen vier Jungs hinterher. Cool. Ich bin beliebt. Fanboys. Ja. So wie in Hannover. Ja, genau. Was? Wo war das? Wann war das? Hm. Sehen kann ich sie nimmer mehr. Warum kommen sie wohl auch nicht mehr her? Als wir bei Burger King den Vlog weitergemacht haben und ich die Kamera so hochgehalten habe zum Schluss, dass wir beide auf dem Bild sind. Dass du die Mädels hinter dir so erschreckt hast. Hm. Ja. Die Mädels mir gegenüber, schräg links gegenüber, die beiden schwarzhaarigen Mäuschens, die haben mich... Die einer, die mich im Blickfeld hatte, hat mich die ganze Zeit angeguckt. Für den Rest, von dem wir da gesessen haben. Das war ganz witzig. Denkt sich auch bestimmt, was das für ein komischer Vogel ist. Oder sie dachte sich, oh geil, ein YouTuber. Spreche ich ihn an? Spreche ich ihn nicht an? Äh, Barrel's hinter dir. Woo! Hi. Oh, ich geh mal nach oben, ne? Kannst mich kurz in Ruhe lassen, bitte? Danke für die Warnung. Sie haben sich gegenseitig verprügelt. Na, lass sie mal. Ich guck mir das mal an. Ja, mach mal. Kann schon manchmal ganz schönes Spektakel sein. Ja, aber wenn sie genau unterm Baum sind, sehe ich ja nix. Könnt ihr mal für den König hier weiter vorne euch prüfen? Danke. Oh, jetzt laufen sie weg. Okay. Was ist los? Ich habe mal eben meine Pfeile ein bisschen gemoddet. Die kann ich jetzt anzünden. Wow. Das haben wir, glaube ich, auch geändert. Das war früher anders. Jetzt musst du die nämlich... Mit was habe ich das gemacht? Mit, äh, mit Buß, Ploth und Pfeil. Ach, du meine Güte. Ah, da kommt einer nachgehoppelt. Ach, guck mal. Die sind wieder bei unserem Häusle. Aber da ist ja keiner. Aber die laufen so schnell weg, ne? Echt. Solange sie nur da sind und laufen, ist mir das egal. Ach, da bist du schon wieder, Mäusle. Ja. Ich möchte ja fertig werden. Ich gucke mal, wo ist der schon wieder hin, der Bengel? Ne, ne. Ich bin schon wieder am Fällen. Haben wir es eigentlich endlich drin, dass die Bäume mal nachwachsen nach einer gewissen Zeit? Gute Frage. Das wär's nämlich mal. Endlich mal Bäume, die nachwachsen. Das würde ich hart feiern. Ja, aber bleibt doch mal realistisch, ja. Geht nicht so schnell. Scheiß drauf. Ein bisschen realistisch muss man auch mal sein. Wenn ich zehnmal den Kannibalen ins Gesicht hacke... Oh Gott. Uh, das sind gefühlt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Stück. Ich komme mir denn nach oben. Lalalala. Siehst du sie, Herr Sajan? Wo bist du? Herr Sajan? Ich verstecke mich hinterm Baum. Noch bin ich nicht entdeckt, laut Symbol. Wo ist denn der nächste? Ich seh nicht. Ich bin auf der Plattform. Ja, toll für dich. Die verprügeln sich unter der Plattform. Okay. Also, aber ich glaub, bei mir sind fünf. Oder vier. Jetzt nur noch drei. Ich hab hier auf jeden Fall zwei Bäume gefällt. Die Hölzer möchten da noch eingesammelt werden, wenn du da mal Bock hast. Ich hab hier einen Baum gefällt, die Hölzer möchten da eingesammelt werden. Ich mach mir kurz mal ein bisschen... Oh, jetzt sind sie weg. Guck mal, die Hölzchen, bevor die wegrollen. Jungs, könnt ihr bitte gehen? Sie sind schon wieder da? Ja, immer noch. Unter der Plattform. Wenn ihr mich in Ruhe lasst, sag ich euch, wo ihr den Sajan findet. Was? Nein. Gibt's eigentlich immer noch weibliche? Oder hat sich die Community echauffiert, dass man Brüste sehen konnte? Ich hab nämlich noch keine Brüste gesehen heute. Also, die Community echauffiert sich nie. Die Einzigen, die sich echauffieren, sind Regierungen und... Ja, ich misse sie auf. Was für eine dreckige Lache. Die haben sich hier alle gegenseitig kaputtgekloppt gerade. Was ich gar nicht so schlimm finde. Weißt du, was wir mal machen? Was denn? Ich helfe dir! Du wirst keinen Fall, Herr Sajan, von hinten... Beim Leichentarken stören. Richtig. Bin ich gar nicht so geil. Das hat mich eigentlich noch an. Gar nichts. Wir sammeln, weil wir wieder ein bisschen Nahrung hier. Nahrung? Ja, Leichenteile. Ich hätte eher gesagt, wir bauen... Wir machen mal Leichenteile und... Boah, mir da war kalt hier aber gerade, ne? Und, äh... Leichenteile und, äh... Machen mal nen... Effin... Effinji... Keine Ahnung. Ja, Effinji... Ja, Effinji können wir machen. Ich geh mal eben... Back zur Base und nehm mal hier zwei Speckröllchen mit. Kriegt der Kerl schon wieder Hunger? Oh, ein gefräßiger Typ. Das war sehr melodig. Unfassbar fieser Typ, ne? Wie er da so hardcore auf dieser Leiche rumhaut. Das sag ich dir, du. So, äh... Oh, warte mal. Ach! Jetzt, jetzt habe ich bei meinem Beast Cherry auch Typen eingetragen, weil die uns gerade begegnet sind. Wir haben einmal Skinny. Fast but very weak. Try using a quick weapon. Like a small axe or sword. Was, Schwert? Ja, es gibt das Katana, glaube ich noch. Aha. Dann gibt es noch, ähm... Regular. Strong but slower than the Skinnies. Tend to travel in groups. Can climb trees. Fire is effective. Try to, äh... Pick them off one at a time. Und dann haben wir noch in Beast Cherry 3. Pale enemies. Faster and stronger. Need to use fire or a fast weapon against them. Slow axes won't be any good. Mhm. So, aber ich wollte... Also wir sind auf jeden Fall wieder bei 20 Minuten, jetzt. Boah, krass, das geht schnell. Wollte dich nur zu Ende erzählen lassen. Dann machen wir kurz eine Pause. Musst du schon wieder aufs Klo? Nö, nö, geht, geht noch, geht noch. Also mein Tee ist ja auch jetzt alle. Ich kann jetzt mit Energy anfangen. Gut, dass du nur Sachen trinkst, die komplett durchrauschen. Ja, warum nicht, ne? Also, fünfmal aufs Klo pro Folge ist doch, naja, gut. Ja, ist absolut gut, ne? Also, bis zur nächsten Folge. Nächste Folge, ähm... Ja, ich hoffe, wir werden ganz schnell alles hier fertig kriegen, ne? Ich auch. Hätte ich ja... Würde ich ja schön finden, wenn wir hier alles fertig kriegen würden. So, dann müssen wir auch mal... So. Ja, also, dann... Machen wir erst mal, ne? Ja, machen wir erst mal Päuschen. Ist ja aber windig hier. So. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Sido.